Ja, Servus, meine Lieben und einen wunderschönen guten Dienstag. Meine lieben Freunde, was ist passiert? In letzter Zeit ist nicht sehr viel passiert. Es gab, ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, es gab Wiederholungen und Wiederholungen und Wiederholungen. Es war das Thema Kommune. Und ganz im Ernst, ich habe das, ja, ich habe das gesagt letztes Mal, als wir auf Twitch 7 vs. Wild geschaut haben. Das Thema geht mir einfach auf die Nerven. Also es tut mir leid, mich mit dem Thema zu befassen. Ich weiß halt, dass es nicht passieren wird. Ich denke, wir wissen alle, dass das mit der Kommune nicht. Wir wissen alle, dass er nicht die finanziellen Mittel dafür hat. Wir wissen alle, dass, ja, ich meine spätestens, er hat erzählt, wir können das mal kurz so ein bisschen zusammenfassen. Er erzählt, er überlegt das schon seit seiner Kindheit, seit, dann war es ein paar Jahre, dann jetzt wieder ein paar Monate, seit Wochen lässt ihn das Thema gar nicht los. Und dann fragt man irgendwas, ja, das weiß ich noch nicht. Ja, er hat dieses Thema angeblich schon seit Wochen, Monaten, Jahren. Ja, wo soll es denn stattfinden? Ja, weiß ich noch nicht. Nicht mal in welchem Land, ja. Er kann nicht sagen, ob in Spanien, Italien, Deutschland, er weiß es nicht. Also, ein Thema, das mir schon seit Jahren im Kopf rumschmiert. Da hätte ich mir schon ein paar Gedanken wenigstens gemacht, wenigstens noch ein paar Gedankenspiele oder so. Und mehr ist es ja auch nicht, was er da durchzieht. Seien wir mal ganz ehrlich. Das wird alles nicht passieren. Diese ganzen, äh, ja, Theorien und alles. Das sind alles Hirngespinste. Und er erzählt einfach immer und immer wieder das Gleiche. Weil, ey, was für mich in Ordnung ist, ja. Ich werde jetzt nicht anfangen, weiß ich nicht, jedes einzelne Ding, wenn er wieder was mit Kamun erzählt. Und wieder, und wieder, dass ich dann zwei, drei Videos am Tag raushaue. Das lohnt einfach nicht, Freunde. Das lohnt einfach nicht. Ähm, wenn ich das Thema jetzt unbedingt ausschlachten wollen würde. Okay, dann könnte ich es machen. Aber es lohnt einfach nicht. Wir können einmal drüber reden. Vielleicht machen wir das mal in einem Livestream oder so. Ähm, aber meine Meinung ist einfach, das Ding ist, ja. Er wiederholt alles, er weiß noch nichts. Ähm, egal welches Thema. Ähm, man fragt ihn, wer soll das Ding leiten? Ja, niemand, aber ich mach schon mal die Regeln. Ähm, er darf als einziger ein Handy haben. Er darf das Internet benutzen. Er kümmert sich nicht um Preise für Grundstücke. Kümmert sich nicht um, in welchem Land er das machen will. Wie die Gesetzeslage aussieht, die Rechtslage. Wie die Krankenversorgung. Er weiß gar nichts. Macht aber Pläne darum, wer die Videothek benutzen kann. Eine Videothek hat er da drinnen. Ja, falls mal jemand eine DVD gucken möchte. Darüber macht er sich Gedanken. Äh, 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 Freunde. Also, sorry. Das lohnt einfach nicht. Ähm, das mit den Kindern in der Kommune, natürlich ist das ein Ding. Äh, da finde ich, das sollte man ansprechen. Das ist absolut richtig. Aber auch dort. Hier besteht keine Gefahr. Was man versuchen müsste, wäre halt wieder seinen Blog wegzumelden. Das, da sind schon eine Menge Leute dran. Das weiß ich. Ähm. Dann kann er sich wieder einen neuen machen. Und natürlich sind die bösen, bösen anderen wieder schuld. Klar. Nicht das, was er geschrieben hat. Äh, also nicht er selber, sondern an anderen. So reflektiert er das ja. Ähm. Aber, aber was willst du darüber noch erzählen? Über diese Kommune? Wie gesagt, er weiß nicht, in welchem... Er weiß nicht, wie die Rechtslage ist. Er weiß nicht, was es kostet. Er macht sich aber Gedanken darüber, dass man die DVDs für alle irgendwie bereitstellen kann. Ja, du siehst doch... Also, ihr seht doch alle, dass da nichts dran ist an dem Ding. Da wird nichts passieren, Freunde. Das ist einfach... Weiß ich nicht. Und ich könnte jetzt, wie gesagt, ich könnte darüber jeden Tag reden, vier, fünf Videos machen. Klar. Äh. Bin ich jetzt aber irgendwie nicht so für, wenn ich ehrlich bin. Wenn mal wieder so ein Brüller kommt oder so, mach ich was, Freunde. Dann bin ich da. Ne? Natürlich. Ähm. Ein so ein gutes Ding, fand ich, gab es gestern. Und zwar hat ihn jemand nach dem Filter gefragt. Erstmal... Der eine Filter, den wir erkennen, der ihn ein bisschen schlanker macht, der scheint hier auch nicht mehr ganz so zu funktionieren, ne? Ähm. Ich möchte euch aber was zeigen. Und zwar hat jemand gefragt, was ist das für ein Filter? Und wir kennen Reinhard grundlos widersprechen. Grundlos widersprechen ist ein Grundsatz von Reinhard. Deswegen hören wir hier mal rein, Freunde. Was ist das für ein Filter? Das ist kein Filter. Also der Augenfilter. Was ist das für ein Filter? Das ist kein Filter. Also der Augenfilter. Und es geht noch weiter. Das ist der Augenfilter, der drin ist. Und das restliche, das hintere. Das ist einfach nur ein, äh... Ein, äh, ein Vordergrundfilter. Also, was ist das für ein Filter? Das ist kein Filter. Das ist der Augenfilter. Und im Hintergrund ist der Vordergrundfilter. Hm? Achso, ein... Eine Verschönerung. Es ist kein Filter. Es ist eine Verschönerung. Es ist kein Filter. Es ist eine Verschönerung, Freunde. Es muss auch unterschieden werden mal, ne? Ihr seid nun mal nicht... Nicht Profi genug, um das unterscheiden zu können. Ähm... Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterschauen hier in dem Stream. Und falls es noch irgendein wirkliches High-Low-Light gibt, äh, werde ich das auch noch mit euch kurz besprechen, Freunde. Aber, äh, das war mir jetzt gerade so ein kleines Bedürfnis, dieses grundlos zu widersprechen. Das ist kein Filter. Das ist ein Augenfilter. Und im Hintergrund ist der Vordergrundfilter. Also ist gar kein Filter da, ne? Das ist wirklich wild. Ich schaue mal weiter, Freunde. Und wenn ich noch was Gutes finde, äh, dann melde ich mich gleich wieder. Leute, tatsächlich geht das Thema sogar noch mal weiter. Weil er jetzt gesagt hat, das ist so ein Filter und so ein Filter. Dann wird im Chat jetzt wirklich noch mal gefragt, äh, wie heißt der Filter? Und die Antwort kommt natürlich prompt, ne? Wie man das, äh, macht. Weil man ja für seine Community da ist. Man ist für seinen Chat da, ne? Und wir hören mal auf die Antwort. Wir hören mal rein. Das ist kein Filter. Das ist einfach nur eine Aufhübschung. Ne? Leute, das ist wirklich wild. Das ist kein Filter. Das ist eine Aufhübschung. Gerade eben hat er gesagt, das ist kein Filter. Das ist der Augenfilter. Und der Hintergrund ist der Vordergrundfilter. Dann fragt er mal, wie heißt denn der Filter? Das ist kein Filter. Das ist eine Aufhübschung. Also ist es wirklich wild, Freunde. Ich schaue mal weiter. So, wir sind beim nächsten. Ähm. Ups. Ähm. Der Chat hat gesagt, ey. Ich erzähl jetzt mal nur kurz hier, was bis hierhin passiert ist. Ohne, dass ich jetzt das alles groß einblende hier. Es wurde im Chat gefragt, ey, lass doch mal bitte das mitsingen. Das nervt halt ein bisschen, ne? Äh. Reinas Antwort darauf war, er hat zwei Lieder angemacht, wo er komplett versucht hat, durch mitzusingen. Mit dem Satz am Ende, ey, ist halt mein Stream. Ich mach, was ich will. Dass er diesen Stream braucht, um dadurch Geld zu verdienen. Dass er diese... Er braucht ja nicht den Stream an sich. Er braucht ja die Community. Durch die bekommt er sein Geld. Und er sagt den Leuten, ey, das ist mein Stream. Was ihr denkt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber gebt mir jetzt mal Geld. Ne? Das ist schon wichtig. Also. Ja. Äh. Dann wird geschrieben, ähm, also Maria im Chat, ich blende es mal einschreibt, ähm, also die hat vorhin geschrieben, äh, sich zu verstecken ist sehr unmännlich. Und dann er geschrieben, ja, was, wie meinst du denn das? Naja, weil du dich doch versteckst wie ein kleines Kind. Sehr unmännlich. Müssen wir natürlich wissen, weil das Rainer sich versteckt, ne? Das, 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 das erzählt er ja auch so oft. Ich muss mich verstecken und so weiter. Äh, mal hören, was er dazu sagt. Ich bin halt so unmännlich, weil ich mich verstecke. Äh, gut, ich würde das jetzt so nicht sagen. Ich finde, das ist von ihm schon ein sehr cleverer Move, ne? Muss er halt machen. Ist halt so, ne? Aber mal gucken, was er dazu sagt. Ich verstecke mich überhaupt nicht. Ach, er versteckt sich gar nicht. Guck, haben wir wieder was gelernt. Ne, eigentlich versteckt er sich gar nicht. Ich sage euch nur mehr, wo ich bin. Das ist ein Unterschied. Das ist kein Verstecken. Das nennt man Privatsphäre Waren. Das stimmt, das stimmt. So habe ich das früher als Kind auch immer gespielt. Habe ich gefragt, ey, Kumpel, wollen wir nicht Privatsphäre Waren spielen? Ne, das ist ja kein Verstecken. Ich wahre nur meine Privatsphäre und sage ihm nicht, wo ich bin. Das ist ja was völlig anderes, oder nicht? Ach, Leute. Ich schaue mal weiter. Oh, Leute, viel habe ich nicht gefunden. Das ist jetzt, äh, wir sind schon im Match mit Auge. Äh, zu dem kann ich nicht viel sagen. Ja, der ist mir eigentlich ziemlich egal. Ähm, ich finde aber schön, was jetzt hier gerade für ein Thema aufkommt. Wir, wir schauen mal rein, Freunde. Wir schauen mal rein. Ja, Leute, alle zusammen, alle zusammen. Diese Runde sieht sehr gut aus. Das ist für krass, ne? Ich finde es stark. Also man sieht, dass sich die Matchpartner mit ihm überhaupt nicht befassen eigentlich. Er kann erzählen, was er will. Die Leute, die sich mit ihm befassen, sind die Community, der Chat. Und mit denen befasst Rainer sich nicht. Sobald er in einem Match ist, ist der ganze Chat vergessen. Also normalerweise, sobald er in so ein Ding reingeht, kann man eigentlich aufhören zu schreiben. Und man kann, man kann gehen. Weil er kümmert sich nicht mehr um die Leute, die sich um ihn kümmern. Er kümmert sich nur noch um die Leute, die ihm ziemlich egal sind. Aber jetzt hören wir mal, was hier gesagt wird. Das finde ich sehr interessant. Na, mein Hintergrund ist eigentlich total grün. Und wenn ich vorgehe. Schwarz. Nee, wird einfach nur ausgeblendet. Also, der Hintergrund ist grün. Und wenn er vorgeht, schwarz. Reinas Antwort darauf, nee, der wird nur ausgeblendet. Grundlos widersprechen. Wir hören weiter, es kommt noch was Schönes. Das ist einfach, ähm, dankeschön, äh, Forstin. Das liegt daran, dass ich, äh, einen, äh, Gesichtsfilter drinnen habe. Wie bitte? Ein Filter? Das ist doch nur eine Verschönerung. Das ist, wenn jemand fragt, wie der Filter heißt, dann ist es kein Filter. Und wenn jemand sagt, ey, das wird einfach... Nein, das wird ausgekippt, wegen dem Filter. Achso. Was schon, der so das Bild heller, dunkler macht, schwarz-weiß macht. Nur, dass man... Im Live kann man nur kein schwarz-weiß machen. Warum, weiß ich nicht. Ist nicht sehr schade. Weil ich bin ja ein Fan von diesen typischen Klischees-Sachen. Ja, das stimmt. Von wirklichen Klischees, da ist er halt wirklich ein Fan von, ne? Also, wir sehen... Also, ich glaube, ich werde das Video einfach, äh, das ist kein Filter nennen, oder so. Also, wirklich Wahnsinn. Einfach grundlos da zu widersprechen, Widerworte zu geben. Obwohl es nicht sein muss. Um einfach, ja, so zu tun, als ob man der Clevere ist. Als ob man sich besser auskennt. Das ist wirklich Wahnsinn. Im Sinne ist es gar kein Filter. Schau mal weiter, Freunde. Wild. Ich habe gerade gesagt, er beachtet seinen Chat nicht. Aber er hat mich jetzt... Er belädt mich gerade eines Besseren. Denn, Leute, das Thema wird heute einfach nicht alt, ja? Das Thema Filter wird heute nicht alt. Äh, denn jemand im Chat schreibt, deine Augen sind so cool. Äh, wechseln dir die Farben? Pass mal auf. Die Antwort. Deine Augen sind so cool. Äh, äh, wechseln die die Farbe. Mhm. Ja, das ist, äh, ein Augenfilter, der drinnen ist. Aber, was man hier beisagen muss, das ist eigentlich gar kein Filter. Ne? Das ist eine Verhübscherung, eine Verschönerung. Das ist kein Filter. Wahnsinn, Freunde, Wahnsinn. Einfach wunderschön. Das ist einfach wunderschön. Ich schaue weiter, bis gleich liegen. Ähm, so, wir sind schon durch eigentlich. Ähm, irgendwie wurde dem Hart wohl Pizza bestellt. Irgendwie über eine andere E-Mail-Adresse. Keine Ahnung. Wurde aber wieder zurückgezogen. Äh, stehe ich jetzt nicht so hinter, hinter sowas, ne? Wisst ihr? Finde ich nicht gut. Ähm, Rein, er hat jetzt natürlich noch am Ende eine kleine Message für die Leute. Ne? Kleine Info, eine kleine Message. Die hören wir uns auch noch mal an. Oh, vielen Dank noch mal. So, wie gesagt, gelohnt hat es sich vom finanziellen Status heute nicht. Aber es muss sich ja nicht immer finanziell lohnen. Also, wie das nur kommt, verstehe ich gar nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wie sich das finanziell nicht gelohnt hat, nachdem er den Leuten doch extra, äh, erklärt hat, was ein Filter ist und was nicht. Äh, das war ja sehr nett von ihm. Ne? Dann hat er, nachdem er darum gebeten wurde, nicht mitzusingen, hat er dann extra noch mal zwei Songs einfach durch mitgesungen. Warum ihm die Leute jetzt kein Geld gegeben haben? Also, ich stehe, ich, genau wie er da, ne? Ich bin ratlos, ne? Weiß ich auch nicht. Aber wir hören mal, was er noch zum Abschied sagt. Wobei ich heute auf Tipi auch schon ein bisschen in Unterstützung gekommen bin habe. Also ist das eigentlich auch schon wieder ausgeglichen. Äh, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bedenkt, ich bin immer noch im Discord heute online für zwei Stunden. gilt aber nur für die Leute, die natürlich auch den Live-on-Air-Rang haben. Also mittlerweile reicht es nicht mehr eine, ja, was ist denn, das ist eine Kanal-Mitgliedschaft abzuschließen. Ähm, da zahlen die Leute ja schon für. Dann geht er immer nach einer Stunde, jetzt ist er, sagt er hier, tschüss, ich muss weg. Ähm, ihr könnt aber jetzt die 30 Euro-Mitgliedschaft kaufen. Und zwar auf meinem Discord. Weil da stream ich jetzt weiter. Er streamt jetzt wo weiter, wo, wo man richtig viel Geld bezahlen muss, wo man richtig in die Tasche greifen muss. Wild. Also, das, was er hier verdient, das reicht ihm anscheinend nicht mehr. Und, ähm, dass er diese Mitgliedschaften auch wieder verlieren wird, wenn er nicht regelmäßig streamt. Das ist so klar wie Kloßberührer. Na ja, ihr Lieben. Viel mehr ist nicht passiert. Ich glaub, wir hören uns mal, wir hören nochmal rein, so ein, zwei Sekunden. Nur dann könnt ihr zuschauen im Livestream. Äh, ich werde auch drüber nachdenken, ob ich den Live-on-Air-Rang mit einer, mit einer Rolle hier koppeln kann. Dass man dann sagt, okay, man macht den Live-on-Air-Rang in Zukunft permanent auf 20 Euro. Im Moment kostet... 20 Euro? Ist ja ein Schnapper. Also, wo muss ich unterschreiben? Kostet er 30? Ähm, persönlicher Gaming-Stream, nein, äh, privater Livestream. Der kostet aktuell 30. Ich weiß nicht, ob man den hier auch auf 30 machen kann. Ist schon wild. Ey, ich will da gar nicht zuhören, glaub ich. Doch, will ich. Ich weiß nicht, ob er so hoch, hoch gehen kann. Ich weiß nicht, ob man hier so hoch gehen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier nach so viel Geld fragen kann. Wild. Ich lasse es so machen, dass ihr euch hier den Rang auch holen könnt. Und dann könnt ihr genauso gut auf TikTok rübergehen und dann im Discord rübergehen und zuschauen. Ansonsten bin ich jetzt dann noch im Live-on-Air-Raum. Mit dem privaten Livestream-Rang könnt ihr da reinkommen. Oder du streamst einfach hier weiter, wo die Leute schon dafür bezahlt haben. Wäre eine Möglichkeit. Von Tibi. Einfach mal oben auf den Link gehen. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr zuschauen, vielleicht auch mitzocken. Ich würde mich sowieso über ein paar Mitspieler freuen, die Lust und Bock haben, bei Return to Moria mitzumachen. Da wäre es schon cool, wenn ich ein, zwei Mitspieler hätte. Ja, man muss sich jetzt, man muss sich jetzt hier mal vor Augen halten. Er streamt ja auf, in seinen Gaming-Streams streamt er ja diese Spiele. Die kann man umsonst sehen und die will niemand umsonst sehen. Ich habe, wenn ich auf Twitch am Zocken bin, Sons of the Forest oder so, mit Beppo und Fuddel und Matti und Hank und Ungroll, wenn wir alle zusammen zocken, dann haben wir mehr Zuschauer. Also dann habe ich mehr Zuschauer in meinem Gaming-Stream, als er in seinem. Und jetzt soll man auch noch 20 Euro bezahlen, damit man ihm weiter zuschauen kann. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich empfehle euch, falls ihr Lust auf gute Spiele habt, empfehle ich euch hier auf YouTube den Kanal Mr. Lömsk. Den verlinke ich nochmal in der Videobeschreibung. Der macht so ein Spieleturnier mit richtig guten Spielen. Also Command & Conquer und so. Teil 1, Freunde. Teil 1. Richtig nice. Also da kommen eine Menge coole Spiele bei rum. Ich hau den Kanal in die Videobeschreibung. Geht da mal rauf. Lasst ein Abo da beim Herr Malz. Mr. Lömsk meine ich natürlich. Freudscher Versprecher. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, da ein Abo zu lassen. Richtig gute Videos. Ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder oder im nächsten Livestream. Heute Abend auf Twitch, sehr wahrscheinlich. Link zu meinem Twitch-Kanal ist in der Videobeschreibung. Wir werden diese Woche wahrscheinlich auch nochmal auf YouTube streamen. Ja, der Fudel und ich. Wir wissen noch nicht genau wann. Aber wahrscheinlich wird es diese Woche werden. Ich hoffe, da sehen wir uns wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz viel Liebe an euch. Metal Love.